so willkommen zurück zu meiner jetzt schon neunten folge gar nicht so wenig wird gleich nacht deswegen werde ich dann nicht schlecht zurückziehen schlafen und dann gucken wir mal wo wir unser haus hinbauen schon mal die grundrisse ziehen gucken wo wir dann kühe herbekommen und das ist doch mal gar nicht so verkehrt haben wir ja gold auch noch gefunden können wir gleich mal einschmelzen zuckerrohr weizen schon mal weglegen weizen ist klar wichtig für die kühe damit wir die anlaufen können namensschild können wir irgendwie nennen ich weiß gar nicht wie ich sie nennen werde muss ich mal gucken was mir danach so spontan einfällt namen bin ich immer nicht so gut im ausdenken deswegen könnte es auch schwierig werden danach was herauszufinden dann schlafen wir erst mal dann begeben wir uns auf die reise ach ja ein neuer morgen die zombies brennen sehr sehr schön wir sagen wir noch verlaufen und heute schaue ich nach einem schönen plätzchen für mein neues domizil kür haben wir schon mal ein enderman ganz viel schafe ein bisschen wasser wäre nicht schlecht aber nur falls kann man sich wasser ja auch noch selbst also richtig schön finde ich jetzt nicht hier schöne wiesen aber landschaft her und wenn wir in die richtung gucken na da ist unser zu hause das wird man noch in die andere richtung gehen dann gehen wir mal weiter in diese richtung ob da noch was kommt vielleicht hinterher im wald ich hoffe dass der wald nicht zu groß ist kann ja aber mal das ist ja eigentlich ein fluss vielleicht gibt es hier hinter diesem hügel noch irgendwas schönes zu sehen ach da ist ja schon das dorf wobei dorf natürlich übertrieben ist ihr wisst ja zwei häuser ach hügel noch mal großen pilze wobei landschaft her nur ebenen das ist ein anderes dorf wieviel dörfer haben wir denn hier das ist ja schon abnormal und viel mehr yippie ist das bei landschaften einfach dass da mehr dörfer entstehen oder mit felder die sind eigentlich fertig karotten hätte ich gerne habt ihr eine bibliothek dann habe ich viel schneller die bücher fertig das wäre echt hilfreich eine bibliothek das ist super habe ich meine axt mit ja habe ich mit dann nehme ich mir die bücher gleich mit so die schönen tüche mit der druckplatte oben drauf wie man das ja so gerne herstellt jetzt nehme ich mir mit so weit es fertig ist den rest können wir selbst nehmen für ihre essensforiate sollen ja nicht verhungern bis die zombies kommen so haben wir auch mürchen ne haben wir nicht die wollen mich ärgern mürchen noch war noch nicht fertig soo ich habe gerade noch mehr bücher gesehen noch eine bibliothek sehr sehr schön mal gucken wo wir vielleicht noch kiste hier finden aber was bücher angeht war das schon mal ganz erfolgreich da geht es noch hoch da geht es noch hoch da waren wir schon drin was haben wir da hinten noch ist da eine kiste hier erstmal nicht auch nichts wo ist denn die tüfe in diesem haus eingegraben aber dann warst du es auch schon in diesem dorf naja aber wir haben mürchen gefunden wir haben ganz viele bücher gefunden wie viel haben wir 42 bücher dafür müssten wir 42 kühe töten das haben wir uns gespart aber ich habe immer noch keinen platz gefunden wo ich hin möchte zum leben mürchen so dann gehen wir mal wieder nach hause würde ich sagen weil richtig schön haben wir es nicht und dann würde ich sagen ziehe ich mal umher und gehe zu meiner erlebnisposition das werdet ihr aber mal sehen welche meine erlebnisposition ist jetzt erstmal nur nach hause vielleicht noch ein paar so abschlachten auf dem weg und ich verlaufen mich schon wieder halb so jetzt bin ich auf dem richtigen weg hinter dem hügel ist ja auch so ein kleines heim gemütlich vielleicht lassen wir das auch einfach so so ein großes haus ist auch eigentlich immer überbewertet zum schlafen reicht es ja was machen wir sonst im haus sachen aufbewahren sachen aufbewahren und schlafen aber es soll ja schon schön sein so 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 kürbisse so 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 wieder verlaufen dachte hier wäre unser Heim mein Haus wurde entführt kommt hier auch überhaupt nichts bekannt vor muss doch hier irgendwo sein was ist das denn für eine Schlucht naja ich unterbreche dann erstmal die Aufnahme und irgendwie muss ich dann mal mein Zuhause finden also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch eine schöne Nacht